Sie stand vor dem Pony Glyph, ein Steinblatt mit Informationen über eine antike Waffe namens Pluton. Crocodile sucht diese Waffe und mit deren Kräften die Welt erobert. Und da steigen wir wieder ein. Was ist das Pony Glyph? Niko Robin. Das war's. Na, ich lege mich. Pony Glyph, zu einem Pony Glyph. Es ist nicht so. Es ist nur die Geschichte, hier. Pluton, keine Sprache. Ja, das stimmt. Du bist ein schönes Partner. Ich werde es hier verletzen. Das ist ein Wunsch. Das Wunsch. Das ist ein Wunsch. Gäbben, Gäbben! Wo ist denn? Was ist denn? Wir haben ihn nicht mehr! Wir sind nicht mehr in der Vergangenheit. Es wird auch hier noch nicht mehr so sein. Und hat eine Idee, wie er Krug in der Welt ist. So, und weiter gehts. Und wenn man da langt, dann findet man sich an die Tür. Das ist das, was wir überhaupt nicht brauchen können in diesem Moment. Wo? Wieder rüber, so. So, weiter gehts. Unter hier und da rüber und da rüber und da rüber. Da hin. Und in die Schlucht fallen. Gute Idee, Lassi. So, hier kommt uns hier. Ist das immer eine Art Schlappung, oder? Ja, oder was? Ja, oder was? Ja, oder was? Ach, du kannst ja... Oh, hör, hör! Ich bin ein bisschen. Ich bin eine Art Schlappung. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Da hin. Da hin. Da drauf. Ja, ich bin da hin. Ja, ich bin da hin. Ja, ich bin da hin. Da muss ich nicht sehen, ich bin da. Die auch immer drüben Charterbeufnisse sind, da sie gekommen sind, ohne Vollfeldkräfte. Ja, ich bin da. Doch, das waren alle. Schnaufen. Nein, ich hab noch viel gedrückt, du. Vollidiot. Schwindet wieder alle. Ich hab noch alles einschürzt, ich laufe weiter. So, und jetzt auf. Ich hab eine Really Sekunde zu 3x gedrückt. So, egal. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja bis jetzt durchgekommen. Gut durchgekommen. So, tschüss. Und jetzt. Und lauf. Ja, steht ein. Und jetzt. Ah, lauf, 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 lauf. Jetzt. Ich springe hin. So. Guten Tag. Und jetzt. Und jetzt. Okay. Wettbewerbsteuer und dieser Kugelabschlug. Da sollte kein Problem sein. Meine Uziya, auf Wiedersehen. Wettbewerbsteuer, komm ich dich auf! So. Begeben. Einen Schein. Ich kann doch mal die Menga hauen, dann kriege ich ihn in der Dichtung. Ja. Okay, Tür geht auf Und weiter geht's Was findet ihr hier? Der versperrte Durchgang Der versperrte Rückweg Eingeschlossen Und neue Idee Die neue Idee wäre jetzt ganz schön, Ruffy Und die hat er Ja, der hat es Als Gum-Gum-Rakete kannst du die Angezeichnisse drücken Wenn du dich vor bestimmten Wänden findest Und dich in einen mit Gum-Ballon verwandelst Um von ihm abzupeilen Okay Was machen wir? Und Nochmal Da durch Toll Anderer Weg Was soll das denn bedeuten? Wir müssen ja hier lang, oder? Ach, er ist hier aufgetaucht, okay Der Titel wird nicht umsonst Doch auf dem Stehen Kannst du natürlich auch hier hinlaufen? Da So 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 Anderer Weg So So Ist Was? Da hin! Da hin! Da die Schilde weg! Da die Schilde weg! Du brauchst dein Schild auch nicht mehr! Und dein Ding nervt auch! Warum hast du dein Schild noch dabei? Joa! Guten Tag! Offizier, mein Freund! Der zweite Offizier! Wir haben noch einen Angriff! Das sind Wann! Halt! Und jetzt ist der erste Verwirr! Das soll noch ein Ende sein! Das war's! Wir brechen nach unten! Was frest du hier? Eine Tatto? Ist das nicht da? Was ist das? Was ist das? Mal sehen, ob du ihn aufhörst. Ach was. Okay, warte mal, hier kommen wir ja weiter dann, oder? Deswegen springe ich einfach mal nicht los, damit wir nicht weiterkommen. Also hier kommen wir weiter. Ich glaube nicht mal, was da drin ist. Okay. Ich glaube nicht so. Ich werde jetzt ja... ...behilflich sein. Aber das ist ja echt, ich denke, ich muss noch ein bisschen hier, oder? Ah, der hat eine Kanzel, perfekt. Hallo? Hallo? Kann man das Ding hier nicht... ...wann können wir das nicht erreichen? Ah! Ja. Eins. Ja, wieso? Gleiche Richtung, mein Freund. Dein. Zwei. Noch ein. Ja, zwei. Hallo, Glückskiste. Hä? Ja, das ist ja... Und dann müssen wir es mal wieder drücken. Und wieder zurück. So. So. So... Jetzt können wir hier den Weg weiter. Niemand hat sich immer gelohnt, um lang zu gehen. So... So... Einmal... So... Weiter geht's. So führt uns dieser Gang hin. Okay, erstmal wird das... Auf Zeit. Sie müssen weggehen. Oh! Na... 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 So... ... und geschafft. Und Sattin hier schon wieder... Das ja wohl zum ersten Mal speichern. Gut. So... Uh, so ne kleine Adventure Tour hier jetzt unter Tage. Also, das Spiel bietet immer wieder neue Überraschungen und neue Abwechslungsmöglichkeiten. Ich hab nur gelesen, so ähnlich wie Dynasty Warriors, und hab ich mir so gedacht, hey, da soll wieder boogeln, 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 boogeln. Aber das ist hier ja wirklich was ganz anderes. Also, da ist nicht was für Dynasty Warriors, aber da ist auch so viele andere Sachen drin. Das ist echt schon erstaunlich mit der Falle. So. Jetzt mal immerhin hier. Oh Gott, hab ich den Wurst bringt. Ich muss die ganzen Kräger hier vorher probieren lassen, was. Wir können da und von da aus dagegen fliegen. Und von da aus dagegen fliegen, dann war es gleich hier, ne? Das wollen wir ja nicht. Jetzt kann man da hinten drauf stehen, dann bin ich hier theoretisch. Oh Gott! Ich werde dann mal versuchen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich könnte es dann mal. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So, wenn ich jetzt hier los schlug, dann würde ich dagegen knallen, dann wäre es alles. Das ist so. Dann würde ich mal von da aus, da rüber, von da aus... ...ins nichts. Das hätte nur nach rechts drehen müssen. Okay, ich probiere es einfach mal. Den, den hier ist ja gar nicht so richtig. Können wir das probieren aus? Das ist ja so. Hehehehe, wenn ich ihn nicht schlug, dann würde ich ihn nicht schlug. Das ist ein Laser-Auge. So, dann wäre er jetzt gedreht. Er scheint wohl richtig zu stehen. Ich habe noch einen Lenin mit zu drehen, da? Keine Ahnung. Okay, der ist richtig. Wenn die immer leuchten, wenn die richtig stehen, müsste der hier auch gleich leuchten. So, jetzt können wir momentan gar nicht drehen, wenn ich es hier richtig sehe. Heilen wir jetzt zurück. So, jetzt müssen wir ihn erst richtig drehen, also den wieder zurückdrehen. So, jetzt den anderen wieder richtig drehen. So. So. Hat ja keiner an, dass die Dinger raus sind, wenn die hier richtig stehen. So. Aha, dann sieht er schon mal besser aus. So. So. Ich habe die Qualität nicht gedacht, aber ich weiß nicht einmal, wo raucht denn das Träger Maus ist und das ist okay. So, drehen wir nochmal. Und nochmal. Und dann los. Einmal. Ich verstehe es natürlich, also weiter. Jetzt müssen wir dich noch wieder richtig drehen. Einmal. Das letzte Mal, dann können wir ihn. Und den wir beenden. Ich bin aus dieser Hader raus. Und ta-da. Ich müsste den neben dem Raum und dann nicht und hoch. Oh, so da. Oh, guten Tag, neue Gegner. Oh, guten Tag, neue Gegner. So, wir haben uns weiter mit hier. Kannst du mir mal zeigen, was du brauchst? Wahrscheinlich nicht hier, weil du jetzt schon so richtig tot bist. Was? Du hast wieder eine Wannin? Oh, nein! Oh, nein! Du bist so richtig. Du bist so richtig. Wir haben damit zu uns. Und... Gucken wir auf den. So gehen wir noch nicht ganz. Jetzt gehen wir mal den einen. Jetzt gehen wir mal den anderen. Leben brauchen wir dich. Jetzt gehen wir malen. Oh, ich bin mit. Oh, ich bin mit. Ich bin mit. Das ist so richtig. Okay. Uuuu! Ah, das ist doch ganz so wieder mit! Uua, verdammt! Wenn nur die Kleinen ohne das Länger da stehen können! Das müssen wir da bei jedem Warten, der EINMAL JEDEN TÜNFEREN ist! Sooo... Entschuldigung, dass er gar nicht schafft! Naja... Wir haben ja Zeit, ne? Es hetzt ja keiner! Ja, jetzt muss ich Ruhe öffnen! Winze holen, die geht aufs keiner mehr! Was sollen wir hier nicht machen? Ach, wir sollen hier gar nicht lang! Das ist auch toll! Ich bin ja nicht... 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 Ja... Wir hätten da drüber gewusst, wenn wir den richtigen Weg nehmen wollen! Aber es ist ja sehr gut, dass wir uns, wenn ich den falschen Weg genommen haben! Aber wir haben ja nicht mehr mit zurückgelegt! Los, mach jetzt! Da hin! NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Das kann doch in die Phase halten! Jetzt werden wir hier wieder abgesteht gleich! Was uns eigentlich nur eine Phase länger... ...bringt! Was? Was? Sind wir denn jetzt zu weit gesprungen? Hä? Ich hab doch genau im richtigen Moment springen gedrückt! Was soll das denn? Oh! Oh! Ich hab noch 3 Stunden angelegt! Hey! Kack! Nämme hier! Ich bin ja... Wir prüfen jetzt! Ne, ich find das so... Ah! Bin so schwach! Wie kommt denn? Wie gibt's? Weil ich hier noch so viele Kündetage habe? Ich glaub' ich auch keine, wo wir sitzen müssen... ...mit da... Da ist ja noch ein Verlattes! Wo geht's da rüber? Bitte! 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 Ja! Wer ist das letzte? Jo! Was soll ich machen? Ah! Also! Hallo! Endlich bin ich da! Das sind wir lange genug waren! Ja! Lass mich hier erstmal kämpfen! So viel Leben brauchen wir nicht, aber... Ach, hallo! Überlebens doch! Jetzt halten wir mal was wir denn nicht machen sollen. Ich denke mal, wir werden das jetzt schneller auspicken. Da! 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 Boah, das Krokodil ist einfach da! Huh! Isco? Geh! 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 Non! Uuuh nein! Na also, jetzt kann ich dich erwischen! Die erste Phase ist damit schon vorbei Oh Gott, lauf Ruffy, lauf Wasser Wasser Wenn du die Fontäne mit einer Wum-Wum-Glocke triffst, kannst du ein Wasser-Ruffy werden Wenn du den Staden als Wasser-Ruffy-Crocodile mit einem Vierk-Ansatz triffst, kannst du ihn mitteufen Das werde ja mal gleich genutzt Wasser-Ruffy, auf, Crocodile Nein Ich bin Wasser-Ruffy Das ist eine gute Idee, wenn ich sehen würde, wo ich bin Das ist eine gute Idee, die nun zu diagrammieren Das ist eine gute Idee, wo ich finde Schäden von Schüpfle Anfänger von Staden Wasser-Ruffy, Wasser-Ruffy, Wasser-Ruffy Maser-Ruffy Je suis 가운데 des Homo-Glocke Das ist ein Block, Hier Das ist ein Block Der ist ein Block Das war Raffi! Das war Raffi! Das war Raffi! Das war's nicht! Das war's! Was ist das denn? Oh mein, das Bodenlohn muss nur ausweilen. Was ist das? Hä? Da steht kein Wort! Ich sehe nicht die Scherke, ich weiß nicht was Bodenlohn ist und ich weiß nicht, wie ich auf so einem ziehen soll. Sorry! Hä? Säulen ziehen! Hä? Ja, auf Säulen, ich ziehe auf Säulen, bringt alles nichts. Ich ziehe da auf Säulen. Das bringt uns aber nichts! Das bringt uns gar nichts! Die Scherke war mit dem Bodenlohn, die ihr vorliegt! Also einfach mal draufschlippen, denn wir haben keinen Raffi mehr. Und ich muss irgendwas wieder leben, dazu noch nicht die Schmerz. Ich muss irgendwas wieder leben, dazu nirgendwo noch nicht noch nie zu schmerz. Ich muss irgendwas verschwitzt oder bestimmt nicht die Schmerz. Ich muss jetzt mal ganz geschehen, denn wir sind das ganz wichtig zu sein. So, jetzt! Säulen ziehen, ich ziele auf Säulen! Den Brücke gar nicht! Hallo? Hallo? Hey! Ich hab sowas von auf die Säule gezählt, aber es hat überhaupt nichts gebracht! Auf die Säule ziehen, Säule ziehen, Säule ziehen! Ah, da oben! Okay! So... Und jetzt? Ja, dreh, 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 dreh! Och, ich hab doch gedreht, verdammt! Lauf! Säule! Säule! Ach! So, ich! Jetzt bin ich schon mal bereit machen zu drehen! Oh, ich lege, ich lege! Oh! Also, Crocodile! Vollhauen! Ich... ...kommt gar nicht! Ich... ...kommt gar nicht! Dreh! Ab�! Gämm! Dreh! Dreh! Störbe! Da! Rastred! Oh! So, mein Freund. Und jetzt mache ich dir ein Ende. Mal wieder in der Schaden A, alles andere S und so getan und in der wieder die Bewertung H. Man muss sich das auf dem Weg gehen. Man muss sich das auf dem Weg gehen. Ich war gerade bei mir. Warum sind wir auf dem FN in den Kursen? Ich bin jetzt hier der Kursen.